So. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das gibt's doch nicht. Jetzt zeigt das nicht mehr an. Ich hab's hier auf dem Bildschirm. Ich glaub's einfach nicht. Gucken wir mal. Irgendwas stimmt doch hier noch nicht. So. Bildschirm. Modus. Vollbild. Ja. Vollbild. Da steht immer wieder Fenster. Was soll denn das? Das kann doch nicht wahr sein. Dann mach ich's jetzt mal mit der Maus. So. Jetzt haben wir das auf Vollbild stehen. Aber es reicht jetzt trotzdem nicht an. Ich kann's auch nicht begreifen. Das ist doch kein Proxy-Window. D3D-Proxy-Window kann das sein? Dann machen wir's jetzt anders. Dann machen wir's so. Da sehen wir bloß nicht das ganze Fenster. Es ist manchmal echt zum Häusenmelken. Ich versuch nochmal hier. Jetzt komm ich da nicht mehr hin mit dem... Aber jetzt sieht der zumindest auch schon mal mein Mauszeiger. Ist ja wunderbar. Bildschirm. Bildschirmmodus. Vollbild. Bild 9. Ja. Alles gut. V-Sync. Weiß ich nicht. V-Sync. Habe ich das überhaupt gehabt gehabt? Jetzt ist es aber richtig. Ja. Grafik-Vorantellung. Mitte. Achso. Jetzt muss man hier wieder zurück. Jetzt kann ich jetzt vielleicht mit dem Controller. Ah ja. Jetzt geht der Controller auch. Aber... Dann muss ich hier wohl nochmal... Ähm... W-A-M-M-M-M... W-A-M-M-M-M-M-M ... Ups, jetzt sehe ich das auf beiden hier, das ist auch nicht das Richtige, was ich jetzt hier machen will, Eigenschaften, ach, da ist der Fehler. Ne, das war nicht beöffentlicht, da ist irgendwas verkehrt jetzt hier, Bildschirm 1, sie hat die falsche Skalierung da drin, warum, der zeigt doch was ganz anderes an, der zeigt 1000, so, jetzt machen wir einmal so, so, jetzt sage ich nein, dann müsste er hier zurückschalten und jetzt volles Bild bringen, ah, das ist ja totaler Mist, Display 1, ja, das ist ja auch alles richtig, Vollbild, sind wir wieder da, wo wir waren, ach, ich werde es nicht tun, dann kann ich mich ja zumindest mal hier rausnehmen, denke ich mal, ich denke mal, das wird jetzt alles übertragen und dann, weg, so, okay, dann versuchen wir es jetzt mal so, tut mir ja leid, aber, Ah, unterstützt, spiele das Spiel, um herauszufinden, wie man es speichert, neues Spiel, Benutzernamen, Operati, ja, wollen wir erst mal klein anfangen, Chips für die Autosteuerung nutzen, keine Ahnung, Autoangriff, Autofeuer, ja, das klingt gut, das ist was für alte Leute, ah, wunderbar, das kann ich weiter empfehlen, mein Rentner-Club, so, Einstellung, was kommt da jetzt noch, nochmal das gleiche, äh, ist doch alles richtig hier, so, dann wollen wir mal, Spiel starten, ach, was können wir hier noch was angucken, L-T-L-T-L-T-L-B, bla bla bla, was ist denn das jetzt wieder hier, A-B, ach, da kann man noch die einzelnen, den, ja, der ist gut, zurück, so, langsam mal anfangen, ich kenne das Spiel nicht, ich habe keine Ahnung, wie man das spielt, aber, ich bin ja froh, dass ich es übertragen kann, eben mal eben, oh, a never ending, da wurde ja eine Zeit lang viel Aufheben von gemacht von dem Spiel, das soll ja so geil sein, Ah, ich habe aber den Controller in die Hand, ich habe da jetzt den Xbox-Controller, oh, mit Gabel, Oh, der ruddelt, oh, her, der haben sie wieder hier nicht, all units, activate manual mode and rely on visuals to evade, already engaged, free movement unlocked, origin point of long range lasers confirmed, 11B, down, our HO229 cancelers are ineffective, Ah, das kann ich nicht mehr, aber eher leicht bewegt, aber gut, ne, mit Ausgewicht, oh, Oh, Requesting permission to engage, permission granted, permission granted, 7E down, 7E down, 8E down, 8E down, 10E down, 10E down, 10E down, 10E down, 10E down, 10E down, Bitte kannst du doch nicht in Ruhe qualmen hier! Requesting permission to assume mobile configuration. Permission granted. Oh, Captain! Oh, oh. We are left. 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 We are right. We are left. Okay. Was mach ich eigentlich? Oh, oh, oh. Wo muss ich denn hin? Muss ich den da abballern? Geh den da mal rauf, da. Ja. So, wie komm ich hier jetzt mal wieder weg? Ich hab ja schon wieder neue. Okay. 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 Oh. Okay. 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 I'm quanti. Bye. Programmed and both complete. Man, that's what I can do. What can I do? What can I do? What is that? Stupe 3. So, was that big old Buzzsaw, the Goliath you came here to take out? No, just another defensive system. Oh, well, I guess we have to find the target then, huh? I've got a flight unit, so I'll take a look around the perimeter. Alright, I'll work my way inside from the ground. Okay, now I have to look. So I run. B has no function. He fights. Aha. What is that? What is that? Aha. Let me look. Let me look here. Can I do something else? No. Okay. Also, I have to get out of here. That's probably not the right thing. the other way. That's probably the right thing. Alright, let me go down here, huh? Ja. Und das war falsch. Hier ist mein Land jetzt hier. Ok, dann hab ich's verstanden. Oh, Leo, Leo, Leo. Da möchte ich gerne rüber, aber es geht nicht. Ich will irgendwo hoch, wa? Mal gucken, was ist denn hier jetzt? Oh, der hilft mir beim Fliegen, aber keine Ahnung, wo ich jetzt hin soll. Oh, der Mist. Da komm ich nicht hoch. Nö. Ich geh hier irgendwo runter. Ah, da war das wohl der Fall zu knopfen, ne? Ja, da war das wohl der Fall. Oh, der muss ja irgendwo mal hier runterkommen. Da geht jedenfalls nicht hin. Da geht jedenfalls nicht hin. Was hab ich das gemacht? Ach, jetzt hab ich was runtergeballert. Ohne dass ich das wusste, was ich alles kann. Mein bloß Poisst. Jetzt sammel ich denn da auf. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da muss er noch eine da hin, va? Noch ein Schlüssel, oder was war das, wofür auch immer ich den brauch, 60 G erhalten, 60 Getränke. Ja, das war mit der Karte, da haben wir einen Kreis jetzt hier. Was auch immer das so bedeuten hat, jetzt laufe ich wieder hoch, aber auch hier ging es ja nicht, ne? Ach so, hier wollen wir wieder runter. Gut, dann lächeln wir jetzt mal anders rum. Mann! Kleine Erholung erhalten, na guck mal, kleinen Schluck Erholung. Und was ist da unten, kann ich jetzt nicht runter gucken, nix hier, verdammt. Muss ich jetzt wieder hoch? Gucken wir erstmal wo wir hier hin kommen. Vielleicht geht es auf einer Seite nochmal wieder runter. Ja, da ist doch, guck mal. Also das ist ein Spiel, mit dem ich nicht weiß wirklich, was ich hier mache. Ich drücke wie verrückt die Knöppel und dann platzt das und hier kann ich zum Beispiel nicht, ähm, gucken wo die hinläuft, ne? Blub, 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 blub. Jetzt geht es wieder hier. Jetzt kann ich wieder drehen. Jetzt kann ich wieder nichts sehen. Was? Wollen wir hier jetzt den ganzen Planeten erforschen? Oder was soll das werden? Ich würde da mal runter gucken. Kann ich aber nicht. Ah, Mist. Jetzt kann ich wieder was sehen. Tja. Das also ist die Automata. Wer auch immer die Tomata ist. Da bin ich ja gekommen, ne? Na, dann gehen wir hier mal weiter. Da ist ja noch Bad. Da soll ich noch Bad. B. Kupfererz. Muss ich da noch irgendwo rüber oder was weiß ich. Da ist ja... Da komme ich nicht hin dahin. Na gut. Das will ich aber gerne. Wollen wir hier mal gucken. Wollen wir da denn hin kämen? Geht nicht. Und runter schwimmen können wir uns auch nicht. Da kommen wir auch nirgendwo hin. Das ist ja das Steuerkreuz, das kleine. Und damit schießt er jetzt. Keine Ahnung, was ich hier mache. Also ich breche das jetzt ab. Ach hier, da hab ich eben was gesehen. Da links muss irgendwo was sein. Aber so macht mir das nicht viel Spaß. Vielleicht trifft das ja irgendjemanden das Geschmack. So viel begeistert die da waren. Vielleicht muss ich mir erst noch ein 200 Seiten Handbuch durchlesen. Keine Ahnung. Okay. Ich danke fürs Zuschauen. Vielleicht ist es für den einen oder anderen ja noch interessant gewesen. Dann sehen wir uns beim nächsten Spiel. Würde mich freuen. Bis dahin bleibt gesund. Und tschüss.